Gästezimmer, also dein Zimmer? Zweimal am Tag und bitte nur so viel Sie innerhalb von fünf Minuten essen können. Das ist unser Schlafzimmer, dem Philodendron. Zweimal in der Woche. Und bitte nicht in unserem Bett schlafen. Schlüssel? Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Hey Anna, alles reicht jetzt mit dem Verabschieden, ja. Es ist gerade schlecht, ich sitze im Auto. Ich rufe dich später zurück. Du Arschloch, du! Wie ist der? Ich weiß nämlich alles. Und ich sag deiner Frau alles. Jetzt müssen wir zum Schreiben anfangen. Immerhin sind wir schon zwei Wochen hier. Wir sind gestern angekommen. Sag, spinnst du? Ja, ich spinn. In wem redest du? Die hat genauso ausgestört, wie die in unserem Haus. Über uns, im dritten Stock. Könnte ich nicht. Nichts stimmt. Du liegst und betrückst. Meine Katze. Wie kommst denn du daher? Redest du? No. Wo bin ich? Na hier. Wo ist hier? Wo bin ich? Wo bin ich? Ja. Wo bin ich? Ja.